Der Fahrgast von Franz Kafka Ich stehe auf der Plattform des elektrischen Wagens und bin vollständig unsicher in Rücksicht meiner Stellung in dieser Welt, in dieser Stadt, in meiner Familie. Auch nicht beiläufig könnte ich angeben, welche Ansprüche ich in irgendeiner Richtung mit Recht vorbringen könnte. Ich kann es gar nicht verteidigen, dass ich auf dieser Plattform stehe, mich an dieser Schlinge halte, von diesem Wagen mich tragen lasse, dass Leute dem Wagen ausweichen oder stillgehen oder vor den Schaufenstern ruhen. Niemand verlangt es ja von mir, aber das ist gleichgültig. Der Wagen nähert sich an der Haltestelle, ein Mädchen stellt sich nahe den Stufen zum Aussteigen bereit. Sie erscheint mir so deutlich, als ob ich sie betastet hätte. Sie ist schwarz gekleidet, die Rockfalten bewegen sich fast nicht, die Bluse ist knapp und hat einen Kragen aus weißer, kleinmaschiger Spitze. Die linke Hand hält sie flach an die Wand, der Schirm in ihrer rechten steht auf der zweitobersten Stufe. Ihr Gesicht ist braun, die Nase an den Seiten schwach gepresst, schließt rund und breit ab. Sie hat viel braunes Haar und verwehte Härchen an der rechten Schläfe. Ihr kleines Ohr liegt eng an, doch sehe ich, da ich nahe stehe, den ganzen Rücken der rechten Ohrmuschel und den Schatten an der Wurzel. Ich fragte mich damals, wieso kommt es, dass sie nicht über sich verwundert ist, dass sie den Mund geschlossen hält und nichts dergleichen sagt. Ich fragte mich damals, dass sie nicht über die Wurzel und die Wurzel und die Wurzel.